Hey! Ihr Liebes, in Deutschland soll es doch so kalt sein. Ihr habt es selbst gestrickt. Die Deutschen sollen doch so dreckig sein. Die Deutschen essen Schweine, Fleisch und Menschen. Echt? Die essen Menschen? Ich werde euch alle mitnehmen nach einmal, ja. Hier sieht es aber seltsam aus. Sieht ja genauso aus wie bei uns. Eine Riesenratte! Nein, hier gibt es Riesenratten! Und das ist unsere eigene Toilette. Und was ist das für ein komischer Stuhl? Oh! Wir dürfen die Geschenke doch vorher nicht sehen. Wir sind ja gar nicht verpackt. Familie, ich habe Überraschung. Wir sind jetzt Deutsche. Was sind die denn jetzt? Türken oder Deutschen? Deutsche? Nein, ich habe ein Haus gekauft in Türkei. Ach nee. In Heimat. Warum das denn? Wir waren alle zusammen. Wie früher. Früher haben wir auch alle in ein Auto gepasst. Krass, ey! Hier steht, dass die Bundeskanzlerin anwesend sein wird. Und dass sie sich freuen würde, wenn du als einer Millionen und erster Gastarbeiter etwas zum anderen sagen würdest. Hey Angela! Wo Problem? Ich komme aus dem Osten. Du auch. Wir beide Osten. Was ist denn? Oder vielleicht sollte ich besser singen. Einigkeit und Recht und Freiheit. Nein. Wird das teig. Vielleicht gibt's. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Da ist das so.